Musik So, hier zwei Kettwiese sind hier am Start, und der Ernst, oder die Auflage bekommen mich nicht zu überholen, sag mal was dazu. Hier so schnell bin ich nicht mehr. Ja, aber du fährst den Windschatten die ganze Zeit. Ja, das versuche ich. Nicht, dass du aus dem Windschatten rausfährst. Ja. Du hast nämlich kein Vorderrad. Ohne Vorderrad kommst du nicht weiter. Du bist auf mich angewiesen. Läuft wie verrückt, oder? Ja. Für das Video kannst du mal treten, jetzt einfach mal so ein bisschen. Gut. Einmal quer durch den Schlosspark in Biebrich. Biebricher Flohmarkt hier. Der Ernst bremst hinten laufen und will irgendwas kaufen. Ich weiß noch nicht genau was. Oder? Wie sieht das aus? So, jetzt müssen wir hier fahren mal auf die Rheingau Straße. Auf die Rheingau Straße. Rheingau Straße. So, jetzt sind wir auf der Route. Auf der Rheinrad Route Richtung Rotterdam. Und bei Koblenz kommt der erste Anruf abgesetzt. Wo essen wir Mittag? Ja. Wo essen wir Mittag? Ja. Ja. In Bonn. In Bonn, okay. Ja, also. Ich glaube ein bisschen falsche Selbsteinschätzung, glaube ich, ist jetzt hier gerade am Start. Die Selbsteinschätzung ändert sich scheinbar im Alter ganz gewaltig. So, wir laufen jetzt gerade hier in den Schiersteiner Hafen ein. Super, oder? Kopf reinziehen. Wir fahren übrigens immer noch kurz ab fest. Also wir rollen im Prinzip die ganze Zeit. Wir müssen nachher wieder den Rhein wieder hochfahren. Das wird anstrengender für uns werden. Ja. 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 Ja, empfie ja. 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 Wow! Guck mal, wie viel Wasser hier noch drin ist. Wahnsinn. Musik Musik